Ich nehme an, dass, wenn er mich so erwischt oder erwischt... Ja, das macht natürlich viel Schaden. Aber ich muss, glaube ich, immer springen, wenn er den Boden berührt. Da ist die Steine, die sind doof. Nein, Dreh! Nein! Ach, das ist scheiße. Okay. 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 Okay, jetzt wird's knapp. Nein! Das war... Ja, ein Leben einfach mal vergeudet. Aber ich glaube, ich habe ihn raus. Ja, ich glaube schon. Ich bin gespannt. Los geht's! Stone Man! Stone Death Productions! STP! Na, das war er! Ich habe ihn raus! Oh, wie habe ich ihn noch raus? Oh, ich habe ihn so raus. Ey, yep. Nein! Ah, ich wusste es. Komm, spring! Ah, shit! Ich kann noch sliden, bin ich bescheuert, ey. Ich bin noch das dümmste Affentier. Es ist so Wahnsinn. Es ist echt der Wah... Ah! Scheiße. Warum habe ich den Slide komplett außer... Wow! Acht gelassen! Ja, ja, ja. Nein. Ach, scheiße, bin ich dämlich. Hallo. Ey, das... Alter, meine Reaktionszeit heute ist Wahnsinn. Ich sollte mich selber irgendwie in Quarantäne schicken. Was ist los? Komm, 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 komm. Ey, der ist nicht schwer. Der ist überhaupt nicht schwer. Ey, der ist pupseinfach. Und ich habe mich so geil jetzt aufgeladen vor dem Kampf. Respekt, Funkroyal. Oh, Respekt. Das war respektabel. Hm. Das war auch respektabel. Das war auch... Ey, aber... Wupp. Ganz schön respektabel. Leistung. Wupp. Wupp. Okay. Wupp. Okay. Wupp. Ah, in der Mitte wollte ich mich eigentlich switchsliden. Zwei Sniden nicht nochmal erwischen lassen wollte ich auch mich. Wupp. Shit. Nein, umdrehen, Mega Man. Hupp. Okay. So, und... Jetzt. Nein! Okay. Spring. Genau. Nein. Spring groß. Wupp. Hüpfen. Jetzt. Nein. Oh, da, da. Immer diese eine Millisekunde verpasse ich. Spring. Hey, 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 ho. Wow. Und jetzt bist du aber ganz schnell Geschichte, mein Freund. Ja, ich wusste es. Du bist tot. Pam, 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 pam. Was immer das jetzt auch von mir war, ist es mir egal. Wahnsinn. Puh. Geiles Spiel. Im Vergleich zum Heck ist es wirklich... Äh, das ist der... Wuzi, wuzi, wuzi Mode. Die Musik kriegt den Blut und ich krieg so einen steif... Nein, äh, eine Latte. Nein, ähm. Ich krieg Lust auf das Spiel. Hey, wow. Ich hab keine schmutzigen Sachen gesagt. Ich krieg Powersteine. Es geht weiter. Das Spiel. Äh, 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 äh. Gravity Man, Napalm, Style. Gyro, Gyro. Gyro, Wave. Wave oder Gyro? Gyro, Wave, Wave, Gyro, Gyro, Wave, Wave, Gyro, Gyro, Wave, Wave, Gyro. Bum, bum, bedum, bum. Ich nehm den Wave. Die linke Seite erstmal komplett leeren. Oh, ich bin Triton. Äh. Spüre die Macht meines Dreizackes. Zack, zack. Dreizack, zack, zack. Ah, Entschuldigung. Ich find den gut. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä, was ist das denn? Okay. Was ist denn das jetzt? Was soll das? Hüpf. Was ist das? Was soll das? Also, ich muss mich so davor stellen, dass... Okay, jetzt. In Ordnung. Mhm, 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 mhm. Schöne Scheiße. Jetzt. Naja, ist klar. Okay. Das, äh... Was ist hier los? Le... Pfff. Was ist das? Haha, was soll das? Hö, die lebe auf der anderen Seite. Ich will das leben. 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 Ich kann dich natürlich nicht kaputt machen. Oh, warten. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Jo, wow. Jo, wow. Jo, wow. Ähm, ne, 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 ne. Jetzt. Da, gut. Ui, ui, ui. Was ist denn? Fallen die Spikes runter? Was ist... Was? Blasen? Okay. Hups. Auf die Große. Auf die Kleine. Und hier rüber. Okay. Und auf die Große warten. Gut. Lass. Die Große will nicht. Auf die Kleine. Auf die Große. So. Nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben, nach oben. Kommt hier irgendwas? Auf die Kleine. Auf die... Juppada. Ja, das dauert doch nur acht Tage. Nein, nicht darauf. Auf die Große. Auf die... Danke. Bumm. Ich kann euch auch nicht kaputt schießen. Mir egal. Also, wie mache ich das jetzt? Ich warte. Jetzt springe ich. Jetzt springe ich. Und jetzt. Okay, gut. So, also. Nehme ich an. Oder muss ich jetzt darauf? Auf die... Ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Ich bin doch verwirrt. Ich brauche eine Kleine. Ich brauche eine Kleine. Unter mir, unter mir. Nein! Ist das unfair. Ich kann doch... Ich konnte doch nicht springen. Es ist eklig. Oh, komm. Auf die Große. Und auf die Kleine. Und auf die Große. Und hüpfen. Und hüpfen. Das... Meine ich wie... Er wiegt doch 180 Tonnen. Dieser Mega Man. Und dann. Ich steig mal eben so auf eine Seifenblase. Und lass mich ganz, 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 ganz weit nach oben tragen. Na klar. So. Ich darf jetzt nur einen ganzen Mini-Pup-Sprung ausführen. Nehme ich jetzt. Und äh... Butter. Gut. Gut. Weiter geht's. Nicht nochmal. Keine Seifenblase mehr. Und bitte keine Sachen mehr im Boden, die irgendwie nach oben schießen. Als wenn sie... Ejakulier... Ähm... Warum passiert hier nichts? Was zum... Höh... Das Spiel ist ja geil. Was? Nur kaputt? Oh, wie geil ist das denn? Oh, ist das geil. Oh, innovative Idee im Spiel. Und... Also noch ziemlich einfach. Ah. Ich kann auch nicht aufladen. Okay. Ja, das war klar. Bojen dauern 800 Schüsse. Gut. Normale Gegner dauern... Zwarf, Delfine! Ich bin gleich tot. Gut. Jetzt bin ich nicht mehr gleich tot. Delfine! Toll. Delfine? Delf! Leck mich doch. Und wird die kaputt. Ach so. Was ist denn nun? Was ist denn nun? Oktobus! Oktogarnepus! Blah! Ähm. Ey, was ist denn? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Bitte! Hey, hallo! Der springt irgendwie nur 2 cm hoch und ich soll einer 800 Meter großen Kugel ausweichen. Ja! Ist klar, ne? Habt ihr euch aber tolles ausgedacht? Hm. Hallo, hat Ika da vielleicht mitprogrammiert oder was ist hier los? Ah. So was mag ich immer nicht. Man muss irgendwie so eine ganz lange Strecke überwinden. Dann kommt ein Miniboss. Dann irgendwie auch noch mit unfairer Kacke. Und ja, jetzt kommt von hinten gleich wieder einer. Nehme ich jetzt. So. Bam. So, dich totmachen. Jetzt kommt Delfin. Gleich. Ah ne, noch nicht. Ah! Tja, lass dich doch erwischen. Genau. Delfin. Hüpp! Gut. Hüpp! Ah, fick dich! Ja. D-da-da-di-da! Delfin! Ich mag eigentlich Delfine! Wow! Woh-re-da-we-da! Krack, krack, krack. So, und jetzt kommt wieder... Das ist so unfair. Neh! Oh, okay. Du kannst ja doch mehr als zwei Zentimeter. Fick dich hochspringen. Warum kommt er mir auch so nah an? Ich will dich riechen. Ich will dich riechen. Neh, 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 neh. Ich muss da oben nur das Grüne erwischen. Jetzt bist du tot. Das war jetzt auf einmal tierisch einfach. Und soll ich jetzt alleine weiter? Ich weiß es nicht. Ich gehe alleine weiter. Ich kann auch zurück. Ich kann springen. Und ganz hoch auf einmal. Hm, was vorher nicht geklappt. Das geht jetzt weiter, der Kack? Ja, ist klar. Ist loko. Ich bräuchte vielleicht mal ein bisschen Energie. Hallo. Ey. Ansonsten schenken die mir nur Leben. Und nur alles. Und... Oh, hast du nicht gesehen? Und jetzt schenken die mir gar nichts mehr. Oder was ist los? Gut. Okay. Oh Gott, oh Gott. Nichts erwischen lassen. Von niemandem jetzt. Oh Gott, bitte. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh Gott! Eee, eee, eee. Oh Gott, oh Gott. Okay. Hör, dör, dör, dör. Jetzt habe ich das E von Mega. Man. Was ist hier los? Hui, ui, ui, ui. Nein, 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 nein. Eintreffer noch. Und jetzt kommt nochmal die Qualle. Nein, die kommt nicht. Qualle. Warum Qualle? Das war ein Octogonopus. Äh. Äh. Und nun? Eine Ballmaschine noch am Ende. Ist klar. Ist klar. Ah, sie ist tot. Muss ich irgendwas aufladen? Ich glaube, nein. Höh, höh, höh. Nur noch vier Leben. Aber es ist mir Latte. So. Ui, 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 ui. Und. Naja. Jetzt gucken wir ihn uns an und sterben gleich. Hallo, Triton! Neptun! Was? Ha! Ha! Ja! Genau. Ja. Ist klar. Ist, äh, absolut. Yo. Yo, yo, yo. Die wird doch jetzt mal genommen. Okay, Steine machen bei Wasser nichts, weil eher andersrum. Wasser weicht Steine auf, aber... Ja. Du wusstest natürlich genau, wohin. Der ist aber eigentlich einfach. Ah, so ist natürlich doof, ja. Ja. Okay, ich möchte lieber normal schießen. Das ist mir jetzt angenehmer. Ja. Oh, fuck. Gut. Wow. Nose. Warum macht mir Wasser Schaden? Ich meine, ich war davor im Wasser baden. 800 Teile. Was soll das denn jetzt? Warum nimmt Megaman durch Wasser Schaden? Ich meine, das ist keine Hydro-Pumpe von Shiggy oder so. Nein. Es ist so ein kleiner Watter-Fontäne, die aus dem Boden kommen. Und Säure ist es auch nicht. Oh, nur noch drei Versuche. Scheiße. Okay. Den Kick einsetzen. Ah, ist mir jetzt zu riskant. Ich mach den Gegner jetzt lieber irgendwie auf Funk-Royal-Art. Nämlich... Schnell sein, gut sein, dabei Schimpfwörter aussprechen und was weiß ich. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ist klar. Ist... Ist klar. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ja, ist klar. Ja, fick dich doch einfach mal. Ganz tief in irgendwas, was du vielleicht gar nicht hast. Aber ich weiß nicht, ob Roboter Polöcher haben. Wäre schön, wenn. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann halt der Energietank. Leck mich doch am Arsch. Ja, ist mir jetzt egal. Und wenn ich ihn jetzt trotzdem nicht schaffe, dann bin ich ein Lebens-Universal-Spaß-Versager. Na, haha. Okay. Na. So. Oh, ey, du hast zu viel Leben, Triton. Ah, Wave. Okay, Waveman. Eieieieiei. Ich hab dich besiegt. Juhu, Waveman ist tot. Waveman ist tot. Waveman besiegt. Was? Ist... Wow, was war jetzt los? Mein Computer hat mal volle Kanne. Stock, Stock oder Stock, Stock. Äh, 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 äh. Ich möchte davon bitte ein Remix haben.